Die Brustübung, langen Handelnrücken auf der Flachbank, häufigster Fehler, viel zu hohe Gewichtsbelastung, völlig unkontrollierte Bewegungsausführung im konzentrischen wie auch im exzentrischen Bereich. Dazu das Ganze noch mit Umkehrschwung, das heißt nicht am untersten Punkt kurz angehalten, sondern sofort nach oben geschoben. Dazu das Ganze ohne Zielmuskelfokus, völlig unkontrolliert. Ganz wichtig, korrekte Ausführung. Unten kurz anhalten, kontrolliert ausstoßen, dabei ausatmen. Langsam wieder runter, Stopp anhalten, kontrolliert ausstoßen und immer unter Belastung gleichmäßig ausatmen.